Erfacht sie ein Gekau, der hier! So, wo wollten wir eigentlich hin? Ja, Überlebensratgeber, 18 Meter. 18? Hä? Das redet du wieder. Überlebensratgeber, ach so, das ist wieder was zum Einsammeln. Oh, wo seid ihr denn jetzt ständig? Na hier, bei mir. Wo ist denn das Ding? Ich glaub im Haus. In der Haus, in der Haus. Ey. Was sucht denn hier? Ist doch gar nichts. Ja, jetzt nicht, aber wenn du willst, dann ist es wieder da. Wo? Oh, denn jetzt, wie denn, was denn, wer denn, warum denn und wieso gehob? Was, warum jetzt, wie, wie meinst du? Ich hab keine Ahnung, wo das Ding ist. Ich auch nicht, ey. Aber wir kommen sowieso zu dir. Bist du im Haus? Ey, hier ist eine Kiste, hier, hallo, guck mal her. In dem Möbelstück, versteckt hier. Oh, auch Hobbits, ne? Ne, ist nur ein Glas Wasser. Was? Da war eine Kiste. Oh. Okay, wenn ich jetzt hier draußen bin. Hier ist keine Kiste. Muss mal Nase putzen. Also ich sehe das Zeichen, wenn ich draußen bin, sehe ich das Zeichen nicht mehr. Ist hier keine Kiste. Mein Gott. Der wird im Haus sein. Der wird im Haus sein. Der wird im Haus sein. Da ist nichts. Verstehst du das? Der wird im Haus sein. Da ist nichts. Verstehst du das? Das kannst du dem zehnmal erklären, der versteht's nicht. Äh, was, der wird im Haus sein. Guck mal, wir gehen weiter. Ich heiß auf den Überlebungsratgeber. Ich hab einen Überlebungsrat. Erz erster abdrücken. Rot, äh, unsere Radarrenner sind rot. Radarrenner rot. Das bedeutet, wir werden in der Virenforschung sind wir vorangeschrieben. Alter, hier ist ja jemand. Ah, ausrasten, töten, wegspringen. Ey, ihr seid auf meinem Spielplatz, Leute. So geht das nicht. Nur, ich spiele hier. Bauplatz. Spreiberberg. Meierer Motorlachs. Gibt's heute Katzen. Aupenberg. Mischung überhaupt hin. Demo den Pfeil nach. Jetzt, jetzt sagt man, wir dollern. Erdorger zermarkiert. Erdorger zermarkiert. Erdorger um den Tretchen zu. Ja, die Markierung. Erdorger. 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 Ja. Erdorger. Navigationssystem für Fische Bansen, oder? Nee, für Rivanus. Was? Gewittert, da ne Hacke? Ich hör nix. Ich bin wenig. Da ist die so frisch und schießt sich hier ne alte Feuerlöscher an. Oh, da hätten sind wir welche. Da muss doch noch... Boah, habt ihr gesehen, Junge? Da war eine richtig gemulti-explosion. Wir sehen aber noch. Na gut, dies nicht mehr. Bam, deine dumme Explosion hat nichts gemacht. Güllgelutsch, starb ich die. Die Explosion hat wirklich nichts gebracht. Gar nichts. Hä? Deine Explosion hat null gebracht. Doch, die waren verwirrt. Die waren geistesinstabil und haben sich gedacht... Ja, das sind sie ja sowieso. Warum stand da überall Rivado drüber? Boah, keiner Drecksack. Geistig instabil. Hä, wo geht's? Jetzt geht's hier hinten auf einmal lang. Der war so gut, dass ich... Ey, da oben steht Superman. Ach nee, Superman. Die sagt ja hier, rechts. Guck mal, die sucht ja was. Wir sind nach rechts irgendwie. Die ist nicht der Feind, Junge. Ach, das ist rot. Da kommen wir gar nicht hin. Aber guck mal, die suchen die Müller einmal. Was ist denn das für eine Zeit hier, ey? Wo läuft die denn hin? Der Wegweiser geht doch gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich renne ihn, komm ich schon. Ich hab kein Wegweiser. Ich hab kein Wegweiser. Jetzt hab ich wieder hin. Chelsea steht da oben. Das ist so rot. Ja, der Wegweiser sagt, es soll zurück. Das Gebäude ist rot. Ja. In der Haus, in der Haus. Ey, ich hatte eben keinen Wegweiser mehr. Deswegen. Der war weg. Wie wie weg und geh wie ganz weg. So wie du wie. Halten Sie durch. Kann Sie damit woanders hinziehen? Ne. Oh, was ist denn los? Ach, Mann. Aus dem Fenster kam gerade Vögel rausgeflogen. Happy Holiday steht da oben. Na, ich bin echt mal gespannt, was das hier passiert. Ja, die Holiday. Weil es zwei Meinten ist. Ja, ich bin echt mal gespannt, was allgemein, ähm, hier so los ist in der Welt. Warum das alles so gekommen ist und so. Virus. Ja, nur wegen Virus. Ja, klar wegen Virus. Irgendwas sonst. Ja, das muss immer Virus sein. Das muss immer Virus sein. Mann, die alten Schnupfen wieder, ey. Ich hab's gesagt, irgendwann Rast der Schnupfen bringt ihn nur alle um die Leute. Warum rennen wir eigentlich über den Zaun, wenn hier ein Weg ist? Könnt ihr mir das mal erklären? Nein, man's kann. Du rennst über den Zaun, weil er so... Ich bin... Nee, ich bin noch in der Erde. Ich mach das auch. Oh. Ich hab nicht gesehen, dass das Gegend sind, ne? Hat nix gebracht, ne? Doch, das sind... Dings. Ich sterbe nur. Oh, mein Lebensenergie. Oh, mein Gott. Puh. Ja, ich sterb nur ne Runde. Ich sterb gar nicht. Alter, was ist denn hier los, ey? Ach, das ist hier ein Boss. Hilft mir jemand? Naja, das ist ja... Der ist ja überzeugt. Ich sag doch, dass du in Dortmund liegst. Ich hab doch gesagt, ich sterbe. Hast du nicht gesagt? Ob ich das gesagt habe? Er ist geblendet, der Junge. Er ist vorbei, er ist blind. Ja, du hast es gesagt, aber äh... Militärmütze, geil. Boah, den haben wir aus dem Leben getunt, ey. Rebano ist mir schon wieder genau fußvoll. Nein, das meinste nur. Ich bin... Du musst durch mich durchschießen, Junge. Ich hab nur nen Rucksack. Ich hab extra die Beine ein bisschen gespreizt, und so, dass ich schießt. War gut, oder? Komm. Ne. Was? Nein. Ja, doch. 2%ig. Nein. Hier ist ein Tresor. Guck mal. 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 Das war ja auch ein Ausrufezeichen. Hm. Genau. Ja, hier ist die Mission. Endlich. Da ist der Eingang. Das Portal zur Mission. Er war, du lässt wieder alles liegen. Das Portal zur Mission. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und hier. Ich hab auch noch hier das Ding gefunden. Ratgeber für Überlegungskämpfe. Hier müssen wir hin. Was hab ich denn liegen lassen? Onkel. Ja. Ich glaub. Ja, okay. Ich nehm das Handy. Das ist ja ganz klar mit den Leuten hier drauf rumlaufen, oder? Ich weiß ja nicht. Das ist ein Handy. Ich hab dann jetzt gefunden da. Ja, wunderbar. Wen haben wir denn gefunden? Wir warten ja nur auf dich. Weißt du, Rivalu? Wenn du vom Mikrofon weg bist? Den Ratgeber. Ah ja. Okay. Oh oh. Wir haben nur so ein paar Sekunden Zeit. Leute, da läuft ne Uhr ab. Wir müssen uns jetzt spüren. Sekunden, das sind Minuten, mein Freund. Ja, sag ich doch. Ein paar Minuten. Oh, ich hab hier ne blaue Waffe. Und ich hab nen Koffer. Ja, wir müssen jetzt noch so Dinger finden. Und die starten. Noxen. Wie Onkel eben schon angemacht hat. Okay. Ich frag mich aber nicht, wo die sind. Ich hab Mineralwasser gefunden. Kontaminiertes. Wie wärs, wenn du mal suchst? Naja, mach ich auch demnächst. Freche Geländestiefel hab ich gefunden. Jetzt sind die ganz Frechen. Die beleidigen die Leute unterwegs. Ah, ich glaube. Oh, ich hab ne Stiefel gefunden. Auch freche. Oder wir sind's bösartige. Einfache Wildliders, Nigam. Wollt ihr die Mission nicht machen? Kann das sein? Ja, wir machen die doch. Wir haben doch schon aktiviert. Ja, guck mal da oben. Da läuft ne Zeitart. Ja, wir müssen die Virendaten. Da ist ein Ausrufezeichen. Da kann man doch hinlaufen. Da muss man doch nicht mal suchen. Mein Junge. Okay, ich warte dann auf euch und ihr macht dann. Hey, da oben muss irgendwo ein Kräutersymbol sein. Du wirst auch so ein Kräutersymbol sein. Ja, ich hab grad ne Ballerorgie. Ballerorgie? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ein Dachgeschoss ganz oben. Wo ist der denn hin? Ja, schieße. Ah, hier. Ich komme, Quasi, ich komme. Ich bin gleich fertig. Ist aber doch gar nicht mehr in dem Gebiet hier. Das hat ja auch keiner gesagt. Ah, hier kommen wir nun mal. Achso. Und ich such das ganze Gebäude ab, nach Überlebenden. Und nicht kontaminierten Flächen schon. Krampf abgeschlossen. Vierungsforschung. Krampf? Alter, was ist mit dir los? War ein Witz. Ich hab das doch schon gelesen. Ich meinte doch Krampf. Krampf. Oh ne Kiste. Cool. Darf aber nicht ran, weil du im Weg stehst. Dein Kanaberkörper. So. Danke. Ui, Reflexvisier. Blau. Mega übel. Mega gemütlich. Okay, zieh ihn mal direkt an. Oh, ich auch. Kann das Magazin nicht melden? Wieso? Mein Inventar ist voll. Ja, du musst noch mal verkaufen, ne? Warte mal, dann muss ich mir irgendwann wegschmeißen. Oh, ne ne. Namastastabi. Ui. So, mein lieben Damen und Herren. Ich habe jetzt ein neues Visier, was ich gar nicht drauf habe. Warum nicht? Sogar noch besser als mein AK. Oh ne. Besser nicht, aber. Ich hab gedacht, ich hätte jetzt ein Visier. Ein bisschen lustig. Ach so, da muss ich L2 gedrückt halten und dann muss ich R drücken. Welche das ist denn das? Ja. Rechter Stick. Deshalb heißt es R. Nein. Doch. Mache ich, aber geht nicht. Was ist los? Wir umschwingen. Das ist der Cut in Disneyland. Wo ist dein Wurble? Jo, bin wieder da, hallo. Ich hab absolut gar nichts verpasst. Die beiden stehen immer noch da rum und tun nix. Warte mal auf, immer hallo und tschüss zu sein. Wir sind ja im Livestream, Mann. Ja, aber ich mach hier so kleine 20 Minuten passen, liebe Leute. Mach doch nix. Ja, ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Mann. Also ich komm ja grad... Hä? Ich hab hier... Ach so. Hm. Alles klar. Nimm ich das. Huch, das. Okay, ist krass. Krass, krass. Ich hab da ein blaues Ding drauf. Und hier... Habe da mal was sagen denn meine Mützen? Äh, das stimmt. Ja, ich hab ja... erliebe wurde vorhin wir haben jetzt noch 40 Minuten bis halb eins wollen wir dann noch ein bisschen Mission machen sicherlich sehr zufrieden mit dem Game ich hoffe dass die Zuschauer könnt ihr mal reinschreiben Kommentare ob es euch auch gefällt so was ihr bis jetzt gesehen habt an von dem Game so lassen wir mal in diese Konterminal der Neue nicht können wir noch nicht klar aber gerade noch drin natürlich in den komischen roten da habe ich habe ich sogar die blaue Waffe hergeholt das ist aber kein kontaminiertes Gebiet das war rot das hat doch nichts rotes Gebiet heißt nicht dass es kontaminiert ist ähm doch das ist sicherlich ganz sicher Drecksack Hauptsache erstmal steht doch da da können wir in den Zornach benötigt Filter 0 1 in den haben wir deswegen können wir durchlaufen Filter 0 1 nr 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 der 04 stand da modernes sacco eine mütze aber hier ist echt nichts mehr drin bei mir schon weil du das alles schon geholt hast ja musst du ja unten in die anderen räume gucken da ist noch ja ich hab schon alles durch ich gehe aus in dem dorf hier in meinen räumen da unten warst du nie mit drinnen gewesen so ist das Zeug überhalten was ich jetzt auch gesagt um mich raus zu gehen nein ich habe ich alles geludet das geht schon warum warum soll ich schön ist doch sein Näs so können und nur die Hosen Matrose bei der Sonne bei der Aufwürküste ah hier unten hier sind noch Sachen hier hab ich noch nicht siehst du ja ich bin aber voll deswegen hab ich da war ich wahrscheinlich schon konnte aber nie aufsammeln Wasser und sowas alles mp7 boah geil ne blaue schwere Rüstung oi ne robuste Maske hab ich cool Boni 2 das ist ja geil ne robuste Maske hab ich gefunden und Mineralwasser ey ich bin ja richtiger Säufer ey oi ne robuste Maske bei der Hitschke oi 16 gibt nie alter Verfalter sogar blau warum kann ich die nicht anlegen ach so weil ich jetzt gerade im Bereich des äh oah ich hab das schwere Schutzweste Leute 59 Rüstung alter Verfalter anlegen nicht mehr benötigt eine höhere Stufe um dieses Objekt anzulegen ach stufe 7 mp7 lederjagern die Witter Donner Hagel sieben wir gar nicht dass das eine lederjagern sein ja das ist manchmal ich kann mich auch mal umziehen ich wollte mal die frechen Schuhe anziehen mit der frechen Schuhe anziehen freche Geländeschuhe freche Geländeschuhe nicht die Fäsche 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 ok ich bin ready to fight, ready to kill aber ist die Fäsche ich schweigst du hier jetzt mal ne Klamotten wenn ich welche neue bekommen bleibt ich hab jetzt also nicht wundern wenn die Schuhe auf einmal euch anspricht oh was hab ich denn hier eine M249 die hab ich auch kontaminierter Bereich kontaminiert kontaminiert glaub ich oder? ich bin draußen kommt ihr auch raus ist die M249 nein Revanor weil wir hier dritte noch looten da mein Inventar ist schon wieder voll bis boah boah alter ach die kann ich aber dann nehmen weil jetzt ist Stufe 7 ich hab ein Waffenteil gekriegt weil ich eine Waffe zerlegt hab und noch ein Waffenteil mit oder was? ne Waffenteil steht da nur mehr nicht mehr nicht Waffengeheuer so meine Linie ich hab jetzt hier hä? ein Stoff Stoff? hab ich auch noch noch ein Stoff Warnung sie könnten sterben Warnung sie könnten sterben ey du rutschst am Boden alter du gleitest wie geil ist denn das der Onkel gleitet der läuft nicht mehr bei mir das hast du vorhin die ganze Zeit gemacht echt? boah ist das lustig geil das musst du dir unbedingt machen wie du lachst ich höre schon wie du lachst boah ist das lustig boah ist das lustig wer hat das denn gesagt? wieso? ich hab doch gelacht boah ist das lustig boah ist das lustig ich versteh das schon boah ist das lustig boah ist das lustig wie der Rewaer nur lachst ich lach mich tot ja komm jetzt weiter rutschen erlaufen meine ich das wie geil so du hast voll die Stellungsschwankungen aha ich lach mich tot ah das verlassen den kontaminierten Bereich und sind glücklich darüber Agent hast du Zeit? hab ich doch gar ihr habt genau zwischen euch durchgeschossen findest du das lustig und ich wette du kannst mit Antennen umgehen also ein Gegner ich würde das schon wieder scheiße ich will den ultimative Schutzwestern anziehen ich glaub das ist so geil wie der Onkel über den Boden gleitet das sieht echt aus das hast nur du verschwommenes Sicht ihr müsst euch das unbedingt angucken bei mir warte mal Müsli Riegel wie kann ich denn den auswählen weil mit einem Müsli Riegel kann ich die Reif gedrückt halten ah damit kriege ich nämlich diese verschwommene Sicht weg die 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 verschwommenes Sicht ist auch schnell weg ja Außerbauen warum was will denn ihr von mir gar nix ich will überhaupt nichts von dir wo wer Warno die will irgendwas von dir sicherlich ach Chris Plä hey Grüße ja 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 Chris Plädi mastery die Gruppel in Chat Kaninchen kann ich ein Buch von Schreiben wie du auch nicht in Chat guckst dass er das gut bleibt ja es ist Tat ziemlich kompliziert es ist somäßig Ich schupe es dir wie schon dafür.